Bleib mal stehen. Allein bleib mal stehen. Bleib doch selber stehen, du Arsch! Kuckuck. Bomba hat das Ziel erfasst. Was schießt er? Ah, lol. Ein ATST. Durch die Wand. Ich? Ich hab gar nicht geschossen. Du hast ne Honey Badger. Warum hast du die Honey Badger? Weil ich einfach süß viel Honig bin. Was gibt's da zu lachen? Ja, das ist ja schummeln. Dann kann ich mir gleich ein Viewport holen und da ich Incendor 5000 hochkaufen. Also ich kann auch nur sagen, gerne Werbung machen. Da haben wir kein Problem mit. Ganz im Gegenteil. So, Søren war Traitor und Scheiße. Zweimal Pumpe und ich leb immer noch. Knuddeln? Ich will auch knuddeln. Komm her, Leute. Achso, du bist nicht dafür. Ja, wegen dem Honk da. Eine Schmuckgranate. Oh, da hat jemand einen Turtle geworfen aus dem Raum. Ich hätte die Viecher sonst nicht Platz gemacht. Oh Gott. Wie fällt. Weiß nicht, ich hab grad so ein bisschen Angst vor Sam und Torben. Sam, geh mal da rein. Geh mal in den Raum rein. Geh mal in den Raum rein. Lass dich und Torben da mal im Baum. Sag mal, ich warte noch von der Tür. Also ich, also wer rauskommt, der schieß ich. Wer rauskommt, der schieß ich. Der Traitor hat nur noch 40 Sekunden. Sam, bericht dich, Alter. Der Traitor hat jetzt langsam Druck. Du hast Druck. Du bist der Traitor. Nein. Sam gewinnt jetzt auch noch, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Und er hat eine Honey Badger. Nice. Holz Aiming. Und ich erschrecke mich auch noch bei so einer Turtle, ey. Hallo, mein Turtle. Hallo. Aber ich muss gestehen, Sam, dass die Traitor echt gut geworfen war. Ich hab das echt... Ich hab nur von vorne in die Turtle fliegen gewählt. Es hat keiner gesehen, Alter. Es hat keiner gesehen. Wenn ich sterbe, war es Joku. LOL. Wie sick war das denn? Dann erkennt man, ob man Traitor ist. Oh. Gut. So geht die Tür auf. Wusstest du das nicht? Nee. Wusste ich echt nicht. Mal schauen, ob meine Routine-Diegel noch da ist. Weißt du die hier? Inno! 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 Wow! Wer wollte mich hier grad mit nem Fahrstuhl töten? Wer war das? Was? Niemand. Aha. Aha. Tauben. Wie kann man denn schieben? Wie kann man denn schieben? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab einfach nur geguckt. Ja, ein Schiebe. Ja, ein Schiebe. Habe ich genau gesehen. Ich dachte, jetzt wäre Manu gestorben. Dann dachte ich mir so, okay, Tauben muss der Traitor sein. Ah, wo? 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 Ah. Über dir. Über dir. Boah. Irgendjemand schießt ja? Mit ner Huge. Mit ner Huge. Ja, ich war das. Ich hab auf Platz geschossen. Da hat jemand richtig Huge in den Größen. Hm, Huge hier. Warum reagierst du so gar nicht? Gestachelig gleich. Gestachelig? Weil das stachelige Patron war. Leut. Ich hab fast runtergefallen. Das war ein dumm-dumm-Geschossel. Allein, warum reagierst du so stachelig? Aktuelle Nachrichten. Masterplay hat sich zwei Schneeschaffeln geholt und tut jetzt Parschippen. Geil. Was willst du hier drin, Papa? Oh, geh weg. Verkrieg dich. Das ist mein Versteck. Entspann dich doch mal, Alter. Ich will nur hier rein. Das klingt dann falsch. Entspann dich. Ich will da doch noch rein. Ich will da doch noch rein.